... oder auf sonstige Weise gezeigt werden. Dies gilt auch für Kinnzeichen, Symbole oder Embleme von UNTAP oder Wartnerorganisationen der Hübschen. Das ist alles. Ich denke, ich habe alles vorgelesen. Habt ihr das alles gehört? So, das ist jetzt zur Auflage. Die Auflagen wurden auch auf Arabisch schon vor, hier auch mitgeteilt und auch gesagt. Ich gehe davon aus, dass jeder hier, der auf der Kundgebung das alles verstanden hat und wir werden uns daran halten. Hoffen wir, dass es auch reibungslos zu Ende geführt wird. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Ja, bitte, bitte. Allo Allah, Allo Allah, Allo Allah! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020